Wir haben euch diese Woche die alles entscheidende Frage gestellt. Das Bibi-Bloxberg-Lied am Anfang. Skippen oder nicht skippen? Und das Ergebnis war recht eindeutig. 66 Prozent von euch, und ich denke, das ist repräsentativ für alle Bibi-Bloxberg-Hörer in der Welt, skippen das Intro. 34 Prozent hören es an. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir, glaube ich, noch nie so viele Zuschriften und Nachrichten bekommen haben, wo überall dasselbe drin stand. Nämlich, das alte Intro nicht skippen, das neue Intro wird geskippt. Und jetzt kommen wir zum Intro-Lied, was ihr natürlich nie skippt. Und während ihr jetzt noch das Intro mitsummt und dazu sicherlich noch ein bisschen auf dem Parkett tanzt, begrüßen wir euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Inside Neustadt, dem Bibi-Bloxberg-Podcast. Was für ein toller Einstiegssatz. Ja, du hast ja gerade auch noch hier ein kleines Tänzchen abgeliefert. Klar, wie immer, bevor es losgeht. Richtig, das machst du ja gerne. Britta, wir sind zurück mit einer klassischen Ausgabe von Inside Neustadt. Letzte Woche haben wir einen Extralausch gestartet und ein paar Fragen an uns beantwortet. Vielen Dank auch für das positive Feedback. Wir haben gehört, das ist ziemlich okay, bist gut angekommen bei euch. Das war okay. Aber viele von euch freuen sich natürlich auch wieder auf eine Besprechung einer Folge Bibi-Bloxberg. Und das machen wir natürlich auch wieder sehr gerne. Und wir haben uns mal wieder einen absoluten Klassiker rausgesucht für diese Woche. Und zwar Bibi als Prinzessin. Folge 32. Aus dem Jahr 1986, Benni. Und Britta, ich glaube, ohne große Umschweife könnten wir direkt mit der Handlungszusammenfassung beginnen. Ausnahmsweise starten wir mal nicht im Hause Bloxberg, sondern auf Schloss Klunkerburg. Hierhin machen die Bloxbergs nämlich einen Sonntagsausflug inklusive Freundin Moni. Weil allerdings die Führung stinklangweilig ist, schauen sich Bibi und Moni auf eigene Faust nochmal das Zimmer mit der goldenen Tapete an und entdecken dort ein Porträt von Prinzessin Clara zu Klunkerburg. Die Ähnlichkeit der Prinzessin und Bibi scheint absolut frappierend und lässt Bibi auch die ganze kommende Woche nicht mehr los. Unsere kleine Lieblingshexe träumt sich immer intensiver ins 18. Jahrhundert zurück und ist bald der festen Überzeugung, selbst Prinzessin Bibi Clara zu Klunkerburg zu sein. Dieser Traumzustand besorgt die Eltern Bloxberg zunehmend. Rat bekommen sie im Hexbuch, welches erklärt, dass Bibi ihren Traum ausführlich durchleben muss, um von der Tragträumerei geheilt zu werden. So fährt also die Familie Bloxberg am kommenden Sonntag mit Moni erneut zum Schloss Klunkerburg und Bibi wird gemeinsam mit ihrer Freundin in die Vergangenheit zurückgehext. Ja, in der Vergangenheit angekommen befinden sich die beiden Mädchen zunächst in der Schlossküche, wo gerade das Essen zubereitet wird und ein junger Küchenhelfer sich erstmal mehrfach eine Backpfeife des Kochs einfängt. Anschließend treffen die beiden Mädchen auf die Contresse du Mans, die ihnen die französische Sprache beibringt. Allerdings hat Prinzessin Bibi, wie auch die Neustädterin Bibi, den Spaß am Unterricht nicht so richtig, sondern vielmehr am Unsinnhexen und sie zaubert also einen Frosch in die schön langweilige Französischstunde. Das gefällt der strengen Lehrerin aber natürlich überhaupt nicht und sie will den Vorfall beim König melden. Nun bekommen die beiden Prinzessinnen es mit der Angst zu tun. Sie gehen davon aus, dass der König sie zur Strafe ins Kloster abschiebt. So bleibt nur noch die Flucht und sie fliegen auf Kartoffelbrei weg vom Schloss hinein nach Neustadt. Jetzt gibt es aber das Problem, dass in Neustadt selbst die Zeit ganz normal weiterläuft. Hier ist also nicht das 18. Jahrhundert, sondern ganz normal 1986. So sind die Mädchen schon während ihres Fluges mehr als erstaunt über diese neumodischen und unbekannten technologischen Erfindungen, die sie da sehen. Um Erklärungen und auch vor allen Dingen Hilfe gegen die Abschiebung ins Kloster zu bekommen, wollen die Prinzessinnen Rat in der Sprechstunde des Bürgermeisters suchen. Übrigens findet die immer sonntags von 13 bis 14 Uhr statt als kleiner Service, falls jemand auch mal zur Sprechstunde des Bürgermeisters möchte. Auf dem Weg dorthin entdecken sie weitere Merkwürdigkeiten, angefangen bei unbekannten, pferdelosen Eilkutschen bis hin zu fahrenden Zimmern im Rathaus. Im Bürgermeisterbüro dann bleibt die erhoffte Hilfe erstmal aus. Vielmehr wundern sich der Bürgermeister Pichler und Carla Kolumna über die historischen Verhaltensweisen von Bibi und Moni, alias Prinzessin Bibi und Prinzessin Monika. Bibi wird endgültig alles zu viel und sie hext die neumodischen Erfindungen des Jahres 1986 zurück ins 18. Jahrhundert. Von diesen einschneidenden Veränderungen bekommen natürlich auch Barbara und Bernhard Wind, die wohlgemerkt gerade die dritte Stinklangweilgeführung auf dem Schloss mitmachen. Alarmiert hext Barbara Prinzessin Bibi und Prinzessin Monika aus der Vergangenheitstherapie zurück in die Gegenwart. Und damit wandeln sich auch in Neustadt alle historischen Gegenstände und Fortbewegungsmittel wieder in ihren ursprünglich modernen, auch wieder so kleine Anführungsstriche kann man sich hier denken, bei modernen Zustand zurück. Bibi und Moni berichten von ihren Erlebnissen und so schließt auch dieses Bibi-Abenteuer mit einem Happy End. Mein Gott, was für eine intensive und vielseitige Bibi-Loxberg-Geschichte. Ja, und auch eine lange Zusammenfassung, aber es passiert ja auch wirklich viel in dieser Folge. Also wir sind an so vielen verschiedenen Schauplätzen, so viele Figuren spielen da eine Rolle. Also ganz interessant und auch richtig interessant, jetzt mal so ein paar Punkte rauszupicken und sich die etwas genauer anzugucken. Ja, ich glaube, wir haben viel mitgebracht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir auch die Ordnung nicht wieder verlieren, wie wir es ab und zu machen, sondern strukturiert hier durchgehen. Und vor allen Dingen nicht sagen, kommen wir später darauf zu sprechen und kommen wir dann später nicht darauf zu sprechen. Ja, das wird uns heute natürlich nicht passieren. Auf gar keinen Fall. Britta, womit fangen wir an? Ja, die Führung ist stinklangweilig, das haben wir jetzt ja mehrfach betont in der Zusammenfassung. Wurde von Barbara aber auch genauso gesagt. Exakt, genauso wurde das gesagt und ich finde das ganz interessant, dass sich die Familie Blocksberg halt für einen Ausflug entscheidet und ja dann halt so etwas stinklangweiliges macht. Also ich finde manchmal wirken so Sonntagsausflüge, wie man sie irgendwie, also man plant irgendwie was kulturell Gutes zu machen, aber eigentlich weiß man, dass man das gar nicht so super spannend findet, aber irgendwie ist das so gesellschaftlich manchmal ein bisschen gewünscht. Und ich finde, Schlossführungen gehören immer so ein bisschen dazu. Ja, es ist natürlich auch immer die Perspektive, aus der man das sieht. Also wenn sich jetzt jemand total für Geschichte interessiert, dann findet er das bestimmt nicht stinklangweilig. Ja, ja, das meinte ich eigentlich auch. Und die halt dann stinklangweilig ist, aber die muss man ja nun mal mitmachen, wenn man sich so ein Schloss angucken will in den meisten Fällen. Ja, das stimmt. Weil die lassen einen da ja theoretisch nicht alleine drin rumlaufen, obwohl ich mich natürlich schon gewundert habe, dass es hier anscheinend möglich ist, dass Bibi und auch Moni und später ja auch Bernhard einfach so ausbüchsen können. Und dann in einem Raum mit einer goldenen Tapete, ist wahrscheinlich viel wert, könnte ich mir vorstellen. Sicherlich. Werden die ohne Sicherheitsleute zurückgelassen. Also vielleicht könnte man da auch mal so ein paar Schätze entführen. Ja, das frage ich mich auch. Wobei, das wissen wir nicht, aber da gehe ich von aus, da sitzen bestimmt überall noch so Schlossordner. Also so Leute, wie auch in Museen, die dann immer an so bestimmten Punkten so ein kleines Höckerchen haben. Und einfach gucken, dass man nicht so laut redet, dass man nichts anfasst und sowas. Könnte ich mir jetzt hier auch vorstellen. Die werden aber dumm geguckt haben in dem Raum mit den Tapeten, was da alles so passiert ist. Richtig, dass ja echt einiges passiert. Das stimmt. Was ich ganz interessant finde, was ich jetzt an dem Punkt schon einbringen will, auch wenn das eigentlich ganz zum Schluss gehört. Wir wissen ja, dass alle diese Führung langweilig finden. Dass es aber auch ein Schlossrestaurant gibt, wo die Blocksbergs und Moni ja am Ende der Führung einkehren und dann noch einen Sahnebecher essen und so. Was ja richtig cool ist. Das macht ja auch dann Spaß. Man erlebt irgendwie was zusammen, kann nochmal irgendwo drüber reden, bei einem Eis und bei einem leckeren Getränk. Warum machen denn die Eltern Blocksbergs, als sie auf Bibi warten, warum lachst du? Die Eltern Blocksberg, nicht Blocksbergs. Ja, die Eltern Blocksberg. Am Ende, als sie auf Bibi und Moni warten, nochmal die Führung mit. Sie könnten sie doch einfach ins Restaurant setzen. Warum machen sie diese langweilige Führung dreimal mit, wenn sie sich auch einfach gemütlich ins Restaurant setzen könnten? Aber liegt das nicht daran, dass sie in diesem Raum sein müssen, um Bibi zurückzuhexen? Achso, du meinst, ohne Führung würden sie wahrscheinlich nicht in den Raum reinkommen? Ja, genau, davon gehe ich aus. Ja, ich habe jetzt eher gedacht, dass man sich doch freier bewegen kann in den Räumlichkeiten. Okay, gut, dann ist gebongt. Deswegen machen wir die nochmal mit, die Führung. Britta, was hast du denn früher so für Sonntagsausflüge gemacht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wart ihr auch öfters mal in so einem Schloss im Ruhrgebiet? Gibt es ja viele Schlösser, habe ich gehört. Es gibt wirklich einige Schlösser. Nee, in Schlössern waren wir nicht so oft. Also wir waren viel so draußen, eher so Spaziergänge oder im Schwimmbad oder am Schlittschuhlaufen oder so. Also eher so Bewegungssachen, weniger so Museumsbesuche oder sowas. Das finde ich auch ganz interessant, weil ich auch versucht habe, darüber nachzudenken, ob mir sowas auch schon mal passiert ist. Und ich würde jetzt spontan sagen, dass unsere Sonntagsausflüge immer spannender waren. Aber jetzt muss man natürlich bedenken, das Gehirn, das ist ja clever. Das heißt, alle nicht so schöne Erinnerungen werden ja meistens auch so ganz hinten irgendwo mal abgelegt. Ja, die man langweilig fand vor allen Dingen. Und man erinnert sich dann nur an die positiven Sachen, die man dann wahrscheinlich erlebt hat. Und wenn man jetzt mal im Museum war und das war stinklangweilig, könnte ich mir vorstellen, dass man sich das eventuell gar nicht gemerkt hat. Das ist durchaus möglich, ja. Aber das waren eher so Sachen an der Luft, die Sonntagsausflüge. Ich war aber auch ab und zu mal so im Theater, aber das war dann so samstags abends. Auch schon mit 13? Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja so Kindertheaterstücke. Das fand ich immer toll. Also Theater fand ich sehr schön. Das hat mich sehr unterhalten. Puppenkiste und so, ne? Sehr unterhalten. Das hat mich sehr, da habe ich mich als Sechsjährige sehr unterhalten gefühlt. Das habe ich auch nachher meinen Eltern so gesagt. In deinem Sessel zurückgelegt. Ja, genau. Ey, Mama, Papa, das fand ich sehr unterhaltsam heute im Theater. Das war heute wirklich sehr unterhaltsam. Der Kaspar, der hat mir sehr gut gefallen in seiner Rolle. Genau, richtig. Prost sind das und das. Kontras sind das und das. Vielleicht könnte ich eine kleine Kritik schreiben. Der früh übt sich. So schlimm war es nicht. Das machst du ja heute auch noch quasi. Ja, genau. Im Endeffekt ist es nichts anderes. Ja, kommen wir mal von den Sonntagsausfliegen weg, oder? Ja, ich wollte dich noch fragen, ob du Schlösser kennst. Das interessiert mich nämlich auch noch, weil ich auch, glaube ich, ganz, ganz selten mal in einem Schloss war tatsächlich. Ja, also das Schloss in Münster kenne ich natürlich, weil das wisst ihr, das haben wir ja schon erzählt. Ich habe ja schon studiert in Münster. Da ist man ja teilweise auch im Schloss und da sind auch Hörsäle. Das kenne ich. Dann war ich schon mal in Potsdam im Schloss Sanssouci. Das habe ich mir, da habe ich auch eine Führung gemacht in dem Schloss. Das war eigentlich ganz interessant, da war man aber auch sehr viel draußen. Also es ist sehr weiträumig und man hat viel sich die Gebäude von außen angeguckt. Und Schloss Bräuch in Mülheim an der Ruhe kenne ich noch. Das ist aber, glaube ich, eher eine Burg. Da muss ich sagen, da bin ich nicht ganz so, das weiß ich nicht genau, wie das begrifflich auch abgegrenzt ist. Und so Klassiker wie Schloss Neuschwanstein zum Beispiel? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Würde ich aber gerne mir mal angucken. Ja, ich frage mich, ob sich das lohnt. Ja, auf jeden Fall. Da pilgern so viele Touristen, pilgern zum Schloss Neuschwanstein. Das muss sich auf jeden Fall lohnen. Ja, aber deswegen ist das total langweilig, wenn dann da irgendwie tausend Busse stehen und so viele Leute da rumlaufen. Das hat dann ja nichts mehr von dem Flair von vor hundert Jahren. Ja, genau. Da müsstest du so eine Reise machen wie hier Bibi und Moni, dich quasi in das entsprechende Jahrtausend oder Jahrhundert zurückhexen lassen. Ja, da kommen wir gleich ja auch noch zu, in welchem Jahr wir uns da wohl befinden. Ich bin mal gespannt, was du da für Ansichten hast. Ja, aber kommen wir mal lieber wieder zurück zur Geschichte. Also, unsere Bibi, die verliert sich total in ihrer Träumerei. Sie wird dann irgendwie, das musst du mir nochmal erklären, wie das genau funktioniert, wenn man eine Woche nur an ein Thema denkt, wird sie selbst zur Prinzessin. Wie funktioniert das? Ist das, weil sie eine Hexe ist, passiert das oder kann dir das auch passieren? Wenn du dir jetzt eine Woche vorstellst, du bist die Prinzessin Britta, muss ich dich dann auch irgendwo hinschicken und nicht nur zum Psychiater. Die Frage, die ja so ein bisschen über allem schwebt, ist, dass, glaube ich, Bibi ja auch in ihrem Prozess, in dem sie darüber nachdenkt, ja irgendwann der Ansicht ist oder glaubt, dass sie selbst Prinzessin Clara von Klunkerburg mal war. Sie fragt ja auch ihre Mutter abends, so als sie ins Bett gegangen ist, glaubst du, dass ich schon mal auf der Welt war? Was für eine philosophische Frage auch, ne? Also, zu überlegen, ja, lebt meine Seele weiter und bin ich dann nur in einem anderen Körper. Und Barbara beantwortet das halt so, ja, wenn du jetzt ein Mensch wärst, würde ich sagen, nein, aber aus der Perspektive einer Hexe könnte das schon so sein. Also, es ist ja, also sie differenziert und sagt, ja, nee, eigentlich glaube ich nicht daran. Aber auf der anderen Seite, bei Hexen ist alles irgendwie möglich. Und das ist ja, also so dieses, diese Wiedergeburt ist es ja im Endeffekt, ne? Also, man stirbt und wird quasi als eine andere Person wiedergeboren. Das heißt, man hat irgendwie als Seele noch eine andere Vergangenheit. Das ist ja auch Teil von Weltreligionen wie dem Hinduismus, dem Buddhismus. Und ja, darüber denkt Bibi halt unheimlich viel nach. Und ich habe darüber auch nachgedacht. Oh, zu welchem Entschluss bist du gekommen? Nein, und ich wusste direkt an, ich weiß nicht, kennst du diese Fernsehsendung, die früher mal lief? Dr. Stefan Frank? Nein, als ich so 14 war. Wer war ich? Reise in ein früheres Leben. Da wurden so Leute auch so hypnotisiert. Das passt übrigens auch ganz gut, wir haben letztens darüber über Hypnose gesprochen. Hypnotisiert. Und dann haben die quasi aus ihrem früheren Leben erzählt. Und dann haben die mithilfe dieser Daten, die sie dann erzählt haben, also sie haben gesagt, ja, ich habe in so einem Schloss gewohnt und da waren Zinnen und die waren grün und ich hatte die und die Bekannten. Und dann gab es so ein Journalistenteam, die haben halt recherchiert und haben geguckt, okay, wo könnte das gewesen sein? Wo steht dieses Haus, an das sich die Leute erinnert haben? Wo sind die Personen, mit denen die was zu tun hatten? Und dann haben die halt so krasse Recherche gemacht und haben dann diese Leute, die sie quasi hypnotisiert haben und dann diese Reinkarnationsgedanken hatten, zu diesen Orten gebracht. Und die sind dann immer so emotional total zusammengebrochen, weil sie sich an alles dann erinnert haben und konnten halt ganz genau erzählen und haben dann auch teilweise Leute getroffen, die sie in ihrem früheren Leben schon mal getroffen haben. Ach, Herbert, moin. Ja, wirklich, also so ganz krass. Die waren auch, es war auch immer geschlechterunabhängig. Also manchmal waren das auch, waren halt dann, weiß ich nicht, Frauen, früher Jungen oder andersrum und die konnten sich dann auch daran erinnern, wie sie gestorben sind und so. Also richtig, richtig krass. Ja, Moment, die sind da gestorben, aber haben dann Leute wieder getroffen, die da noch leben oder wie? Ja, wenn du als, weiß ich nicht, 13-Jährige stirbst, dann klar können da noch Leute leben. Ah, okay. Weiß ich jetzt nicht ganz, ob ich da jetzt so den großen Glauben finde. Daran musste ich so ein bisschen denken. Ich weiß gar nicht, von welcher Frage sind wir da hingekommen. Ich glaube, ob du an Wiedergeburt glaubst. Ja, mir fällt das sehr schwer, daran zu glauben. Reinkarnation ist das Fachwort. Ich glaube, Reinkarnation ist quasi dieses, der Geist geht von dem einen in den nächsten Körper. Ich glaube, das ist der Fachwort. Und die Fernsehsendung hat dich jetzt dazu gebracht, daran zu glauben? Ja, ich war nie hundert Prozent überzeugt, weil ich glaube, dass das vielleicht ein bisschen gefaket ist auch. Ah ja, guter Gedanke. Daran habe ich gerade auch gedacht. Ich glaube, in der Medienwelt ist nicht alles immer echt. Nee, das finde ich auch schwierig. Vor allem die Chance, dass du auch in deiner Umgebung wiedergeboren wirst, ist ja jetzt auch nicht unbedingt so super groß, oder? Ja, aber da muss ich auch so sagen. In dieser Fernsehsendung sind die um die ganze Welt gereist. Also das war nicht nur auf Deutschland beschränkt. Gut, Reinkarnation weiß ich nicht. Tagträumereien, glaube ich, dass das aber schon... Willst du mich auch noch fragen? Achso, ja, glaubst du an Reinkarnation? Nein. Okay. Aber ich kenne viele Leute, die daran glauben. Ja, das ist ja auch vollkommen legitim. Nein, also ich habe es ja beim letzten Mal schon erklärt, um jetzt einmal noch kurz ernst zu werden. Es soll ja hier alles nicht nur Spaß werden. Ich habe heute auch viel für die Bildung mitgebracht. Also ich habe dir ja letzte Woche erzählt, dass ich schon mal in Indien war und du hast gerade schon mal erwähnt, im Hinduismus geht man ja auch vom ewigen Leben auf oder vom Kreislauf des Lebens vielmehr. Und da gibt es eine Stadt, die heißt Varanasi und die kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen. Das ist die heilige Stadt des Hinduismus. Und ich war da vor Ort und das ist halt wirklich die Stadt, wenn du dort stirbst, hast du aus Hinduistensicht großes Glück, denn du kannst aus dem ewigen Kreislauf des Lebens ausbrechen und endlich deine ewige Ruhe finden. Ach, echt? Genau. Und deswegen ist es die heilige Stadt und durch die Stadt fließt auch der Ganges, der große Fluss, in dem man sich dann badet und so weiter. Ich glaube, für jeden Europäer ist das tödlich, dort zu baden, weil da glaube ich, ja. Dinge kreuchen und fleuchen, gegen die wir ganz sicher keine Abwehrgriffe haben. Große Ding ist halt, dass da die ganzen Verbrennungen finden halt direkt am Wasser statt. Der Leichen, ne? Der Leichen, genau. Und die werden dann halt da auch ganz normal im Wasser entsorgt. Das heißt, da ist dann auch mal so ein Knochen oder so, der dann durchs Wasser so geleitet. Und das ist halt komplett verseucht, das Wasser. Liegen halt super viele Leichname halt auch auf dem Grund und so weiter. Ja, aber es ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, diese Stadt. Also diese Verbrennungen finden halt in totaler Öffentlichkeit statt. Jeder kann sich das angucken, wer möchte. Es ist total offen und wirklich, klingt jetzt so klischee-mäßig, aber zehn Meter weiter spielen halt Kinder. Und nebenan wird halt gerade jemand verbrannt. Das ist halt wirklich, Leben und Tod ist da so nah beieinander. Das habe ich, glaube ich, noch nie so erlebt. Aber wenn das irgendwie das große Ziel ist, aus diesem Kreislauf der, ja immer der Wiedergeburt irgendwie auszubrechen, dann ist das ja vielleicht doch gar nicht so wünschenswert, auch für die Hindus. Aber, ja, Ziel weiß ich jetzt gar nicht. Also ob das jetzt wirklich, das Leben führt dich dann ja vielleicht dahin und dann stirbst du da vor Ort und dann weißt du, okay, alles klar, jetzt ist es vorbei sozusagen. Das hat ja auch so seine Pro- und Kontra-Seiten. Also es gibt ja auch dieses krasse Kastensystem in Indien. Sprich, wenn du dich halt in deinem alten Leben schlecht verhalten hast, dann landest du halt in einer unteren Kaste. Und so kannst du dir immer rechtfertigen, okay, warum geht es mir so schlecht? Oh, ich war in meinem alten Leben wohl nicht so der beste Mensch. Führt natürlich zu einer großen Ungleichheit. Allerdings schöpfen natürlich dann auch viele Menschen daraus Hoffnung und wissen, okay, wenn ich jetzt ein guter Mensch bin, werde ich in meinem nächsten Leben ein besseres Leben führen. Ja, das ist ein kleiner Ausflug. Nach Indien. Genau, mit vielen Menschen dort gesprochen und die haben da eine ganz andere Sicht aufs Leben, was aus unserer Sicht natürlich total interessant ist. Ja, total. Aber jetzt sind wir ganz, 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 ganz weit von Bibi Blocksberg weggekommen. Ja, lass uns mal wieder zurück nach Neustadt. Ja, oder aufs Schloss Klunkerburg. Ja, vielleicht, lass uns erst mal zu den Blocksbergs nach Hause, denn Bibi leidet ja jetzt an diesen Tagträumereien. Nämlich, dass sie ja irgendwie jetzt selber glaubt, sie ist diese Prinzessin und sie lebt auch im 18. Jahrhundert. Genau, und ich wollte eigentlich von dir wissen, wie kann das denn passieren? Ja, ich glaube, da hat sie einfach einen Schalter umgelegt. Ich habe letztens noch was gelesen zum Thema Tagträumen, dass es unheimlich viele Leute gibt, die so tagsüber in so Träumereien abdriften. Also sich einfach Dinge vorstellen, die nicht real sind und die dann so ausschmücken im Kopf. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ist das so eine Art Flucht aus dem Leben? Finde ich total faszinierend. Also von Funk war das so eine Umfrage und da ging es irgendwie um Tagträumen. Und dass das, ja weiß ich nicht, ein Viertel oder sowas der Befragten flüchten sich regelmäßig in Tagträume. Die flüchten heißt also, um dem echten Leben zu entkommen. Ja, also setzen sich irgendwie hin oder liegen auf der Couch und lassen einfach ihre Gedanken spielen. Und das kann ich glaube ich gar nicht. Das habe ich früher gemacht, um einzuschlafen tatsächlich. Ja gut, beim Einschlafen kann ich das vernachvollziehen. Dann habe ich mir mal vorgestellt, wie ich Fußballprofi werde. Und jetzt funktioniert das nicht mehr, weil ich jetzt zu alt dafür bin. Aber da wurde halt dann auch gesagt. Kleiner Funfact. Bist du dann im Stadion so eingelaufen und so? Ja genau. Dann schläft man irgendwann ein. Ne, da wurde aber auch gesagt, dass die, dass Betroffene auch manchmal Probleme haben, ihre Dinge dann zu erledigen am Tag, weil sie halt sich in diesen, in ihren Träumen aufhalten. Naja. Und das passiert Bibi ja auch. Und das ist ja jetzt pathologisch bei Bibi scheinbar, so dass Barbara in ihrem Hexbuch nachschlagen muss, Ratgeber für die moderne Hexe übrigens, ich weiß nicht, ob das Kapitel heißt, glaube ich so, und nachschaut, was man jetzt gegen diese Tagträumerei tun kann. Da ist mir was aufgefallen, das fand ich ein bisschen komisch. Ich glaube, bei den Hexen weicht das normale Alphabet ein bisschen von unserem Alphabet ab, denn Barbara schlägt nach und sagt Tram, Trampeltier, Trampel, Trampeltier. Da ist Bernhard erstmal ein bisschen angegriffen, weil er sagt, warum beleidigst du mich jetzt, Barbara, muss das sein? Traum, Traumata, Tagtraum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unter Traum dann auch noch der Begriff Tagtraum steht. Warum steht er nicht bei T-A? Warum steht er bei T-R? Meine Frage, ich glaube, da weicht einfach das Alphabet ein bisschen ab. Gute Beobachtung. Naja, auf jeden Fall wird erläutert, dass die Junghexe an den Ohr zurück muss, dass es einmal durchleben muss und dann wäre Heilung da. Ein bisschen wie bei Ohrwimmern, wo man ja auch sagt, ich habe einen Ohrwurm, höre dir das Lied einmal komplett an, dann ist der Ohrwurm weg. Ist das so? Häufiger schon gehört, den Tipp. Ja, soll wohl so sein. Das ist ein Gamechanger. Ja, einmal komplett oder zwei-, dreimal hören und dann soll der Ohrwurm wohl weg sein. Man hat ja auch immer nur von so kleinen Ausschnitten Ohrwurm. Ja, von dem Refrain meistens. Ja, von den Teilen, die man halt kann. Ja. Ah, interessant. Das muss ich aber mal probieren. Ja, musst du mal ausprobieren. Was denn lerne ich denn hier heute? Und was ich auch noch witzig finde und dann möchte ich das auch abschließen mit dem Tagträumen, dass Bibi ihre Mutter ja mit Königin anspricht. Und dann aber, als sie auf dem Weg zum Schloss Klunkerburg sind, sagt Bibi zu ihrem Vater, Kutscher. Das ärgert Bernhard ein bisschen, das finde ich aber sehr witzig und ein bisschen süß auch. Ja, aber er ist ja in dem Moment tatsächlich auch der Kutscher. Ist er ja. Der König würde ja nicht selber fahren. Richtig, aber eigentlich müsste doch die Verwandtschaft klar sein, wenn sie weiß, okay, das ist meine Mutter, das ist die Königin, das ist mein Vater, das ist der König. Aber in dem Fall ist der Kutscher. Also was mir bis zu dem Moment auch noch aufgefallen ist, ist, dass Barbara in dieser Folge sehr wortgewandt ist. Ist dir das auch aufgefallen? Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht. Bei der ersten Besichtigung, äh, doch Besichtigung. Ja, die Besichtigung, ja, Führung. Führung, genau das ist das richtige Wort. Spricht sie nämlich von einem trockenen Vortrag. Oh, jetzt habe ich richtig Durst. Oh. Sehr gut. Und dann auch noch sagt sie zu Bibi, mir geht ein Kronleuchter auf, als Bibi sich nämlich auch schon in diesen Tagträumen verfangen hat. Deswegen habe ich mir das mal aufgeschrieben und dachte, ach, Barbara, wow, sehr, sehr wortgewandt. Ja, sehr schön. Wobei ich dann wieder sagen muss, diese Idee, ihre Tochter alleine, beziehungsweise zum Glück dann ja doch mit Moni in die Vergangenheit zu schicken, ist auch ziemlich mutig. Und man weiß ja eigentlich, dass die Vergangenheit, also vor 200 Jahren, das war nicht so ganz ohne, ne? Also wenn du da jetzt nicht irgendwie adeligen Stand hast und ja, weißt, welche Sitten und Traditionen da passieren und an welche Konventionen man sich halten muss, dann fällt man da auch ziemlich schnell, glaube ich, auf die Nase und landet im Kerker. Ja, vor allem, wenn man eine real existierende Prinzessin imitiert und nichts anderes passiert dann da ja eigentlich. Ja, das ist schwierig, ne? Ist das dann real? Weil wer ist dann Prinzessin Monika? Genau. Warum kennen alle Prinzessin Monika? Auch eine Neustädter-Frag, die uns erreicht hat dazu. Ja. Aber zu den vielleicht großen Logiklücken kommen wir vielleicht später noch. Jetzt lass uns doch erst mal schauen, wie diese Zeitreise dann an sich vonstatten geht. Wo landen wir denn am Ende des Tages? Ja, also wir wissen ja, dass wir irgendwo im 18. Jahrhundert landen. Also irgendwas, 1700 irgendwas. Genau. Das ist so fast ein bisschen widersprüchlich, weil ganz am Anfang der Folge hört man ja diesen Erzähler bei der Führung, der davon spricht, hier auf diesem Bild von 1826 ist König Ludwig der Scheinheilige zu sehen. Barbara sagt dann aber, wir schicken Bibi ins 18. Jahrhundert, da wo sie hingehört. Wird nicht passen, weil es wäre 1826, wäre das 19. Jahrhundert. Ja, das ist richtig. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sicherlich auch noch, es gab ja auch Nachfolger dieser Generation von Bibi. Es könnte ja sein, dass das ihr Sohn ist oder der Sohn, weiß ich nicht, einer anderen oder angeheirateter König oder ähnliches. Das könnte ja schon erklären, dass das danach passiert. Jetzt wissen wir ja, dass die Folge aus dem Jahr 1986 stammt. Deswegen würde ich jetzt auch mal davon ausgehen, dass quasi in Neustadt die Zeit gerade auch 1986 ist. So, was wir noch wissen, ist, dass Bibi oder diese Prinzessin Clara von Klunkerburg 200 Jahre alt ist. Genau. Also zu dem Zeitpunkt müsste sie 200 sein. Die gleiche Rechnung habe ich auch aufgemacht. Worauf kommst du dann? Wo kommen wir raus? Bei 1799. Ja, so habe ich es nämlich auch ausgerechnet, weil Bibi würde dann theoretisch in der Vergangenheit 13 Jahre alt sein, müsste also 13 Jahre vor 1799 geboren sein, also 1786 geboren sein, spielt es im Jahr 1799. Das ist quasi schon 1800. Quasi. So, Britta, und jetzt habe ich natürlich noch geballtes Geschichtswissen mitgebracht. Okay, jo, ich lehne mich mal ein bisschen zurück. Ich weiß, du magst Geschichte nicht so gerne. Doch, aber ich finde das jetzt sehr interessant, wenn du das mal so einordnest. Das Problem mit mir in Geschichte ist, dass ich irgendwie Schwierigkeiten habe, mir das alles so vorzustellen, weil das so komplex und auch so ein europäisches Thema ist. Man kann sich eigentlich nicht nur die Geschichte von Deutschland angucken, weil ja die Geschichte aller Länder irgendwie da auch immer noch mit reinspielt. Ja, also ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen, in was für einer Zeit wir uns befinden, was da alles so passiert ist. Ich möchte vorab schon mal sagen, ich habe nicht Geschichte studiert. Das ist tatsächlich mehr oder weniger Laienwissen. Bitte seht mir nach, wenn ich ein paar Fehler mache und seid nicht zu böse mit mir. Ich werde dir ab und zu vielleicht nochmal so ein kleines, nicht ganz so kluge Fragen auch von meiner Seite stellen. Nein, es geht ja eigentlich auch relativ schnell. Also, was wir ja alle in der Schule gelernt haben, also wirklich jeder von uns oder wer noch jünger ist, wird es in der Schule noch lernen, ist die Französische Revolution 1789. Napoleon fällt mir da ein. Ja, das dauert jetzt noch ein bisschen. Okay, 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 oh, okay. Wir sind jetzt erstmal bei 1789 so. Französische Revolution, die, ja, das gemeine Volk begehrt auf gegen die Adeligen. Wir leben zu einer Zeit, wo quasi Europa noch ganz zersplittert ist. Es gibt das Königreich in Frankreich mit Ludwig dem XVI. an der Spitze. Deutschland in der Form gibt es noch nicht. Es gibt das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, also ganz viele kleine Bistümer, Herzogtümer, wie man das alles nennt, Königreiche. Aber der Adel, der regiert. So, jetzt haben die Franzosen sich gedacht, vor allem die Bauern zu Anfang und dann später auch das Bürgertum. Das lassen wir nicht mehr mit uns machen. Und es kam zur Französischen Revolution. Danach haben sich die Ereignisse so ein bisschen überschlagen und, ja, es wurden viele Menschen, sage ich jetzt mal, auch getötet. Unter anderem auch, ja, der König Ludwig XVI. kam mit der Guillotine oder unter die Guillotine 1793, nachdem er abgesetzt wurde. Übrigens ganz interessant, darüber wurde abgestimmt in der neuen Nationalversammlung. Die Abstimmung ging 361 Stimmen für Ja und 360 Stimmen für Nein aus. Also ein sehr knappes Ergebnis. Das als kleiner Funfact. Der übrigens auch nur 38 Jahre alt geworden ist. Also, wir befinden uns in einer Umbruchzeit. Und jetzt ist es so, dass natürlich im Rest von Europa die ganzen Königshäuser natürlich hellhörig werden. Was passiert denn da in Frankreich? Und mehrere Länder oder Königshäuser verbünden sich, um Frankreich wieder auf den Stand von früher zurückzubringen, weil sie natürlich Angst haben, dass das auch mit ihren Königshäusern passieren könnte oder Königreichen vielmehr. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es kommt zu Krieg und so weiter. Und ein gewisser Mann, den du jetzt natürlich schon genannt hast, wird quasi der neue Herrscher von Frankreich. Das ist Napoleon Bonaparte. Und interessanterweise, und dann sind wir schon fast mit unserer Geschichtsstunde am Ende, genau im Jahr 1799 wird Napoleon zum Konsul von Frankreich. Weniger Jahre später schlägt er sich selbst zum Kaiser. Also, er wird aber da 1799 quasi schon Alleinherrscher wieder von Frankreich. Also, quasi der ganze Kram, der in der Französischen Revolution gewonnen wurde, fällt wieder so ein bisschen auf den Stand von davor zurück. In der Zeit befinden wir uns. Und jetzt, Britta, kommst du. Okay, ich muss das jetzt kurz noch ein bisschen verdauen. Ja, ich glaube, ich, also ich habe mich jetzt gefragt, was bedeutet das jetzt konkret für die Begebenheiten auf diesem Schloss? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, eigentlich wollte ich nur darauf hinaus, dass 1799 Napoleon quasi wieder Herrscher von Frankreich wurde. Meinst du, das war vielleicht ein bisschen viel Input? Vielleicht war das ein bisschen viel Input, aber ich kann das ja immer nochmal kurz zusammenfassen. Also, wir wissen, dass wir jetzt in Deutschland, quasi in deutschen Adelsfamilien, beziehungsweise, dass in Deutschland diese Kleinstadterei ist, die von bestimmten Adelsfamilien immer regiert wird oder die da die Hoheit haben. Und in so einer kleineren Adelsfamilie befinden wir uns sicherlich gerade in deren Gemächern. Genau, und nebenan in Frankreich, da steppt der Bär. Aber Britta, bevor wir jetzt weitermachen, um das auch nochmal sacken zu lassen, meinen riesen Exkurs, geben wir noch einmal ab in die Werbung. Wir haben wieder unseren Partner Koro mit dabei. Koro ist Deutschlands Nummer eins für haltbare Lebensmittel. Und was ich super interessant finde, Benni, dass Koro ganz, ganz viele tolle Lebensmittel hat, aber auch einen kleinen oder auch größeren Non-Food-Bereich. Ja, es gibt wirklich nichts, was Koro nicht hat. Und vor allem auch für die Familien, die uns hören, möchte ich hier einen kleinen Tipp loswerden. Und zwar gibt es bei Koro auch ganz tolles und vor allem nachhaltig produziertes Spielzeug. Also ihr hört richtig, es gibt bei Koro Holzbausteine, es gibt eine Papprakete, es gibt eine Murmelbahn aus Bambus. Also wirklich auch ganz viele tolle Sachen für die Kleinen. Und während die Kleinen mit der Papprakete ins Weltall fliegen, können die Großen sich die leckeren, gesunden Riegel von Koro gönnen. Geht auf die Seite von Koro unter www.korodruggerie.de, erhaltet mit dem Code NEUSTART 5% auf eure Bestellung und habt ganz viel Spaß mit dem tollen Sortiment von Koro. Und guten Appetit. Werbung. So Benni, jetzt müssen wir aber wirklich ganz dringend mal wieder zurück zur Bibi Blocksberg-Fallbekommen und ein bisschen weg von Napoleon Bonaparte. Ja, ja, sorry, ich habe mich total verquatscht. Ich möchte mich schon mal im Voraus entschuldigen. Ich glaube, in dieser Folge sind wir sehr weit abgeschwiffen. Über die Reinkarnation. Also bisher, wir konzentrieren uns jetzt mal auf unser Kerngeschäft. Ja. Also, Bibi ist in der Vergangenheit angekommen, im Jahr 1799 und landet erstmal in der Küche. Richtig, sie landet erstmal in der Küche und ja, hext da schon dem Koch ein paar Probleme an den Hals, muss man sagen. Kam dir der Koch auch so bekannt vor? Hm, kannst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen? Also sonst hatte der was mit anderen Produkten zu tun, die man zwar auch kochen kann, man kann sie auch in einer Pfanne braten, man kann sie auch rühren. Warte kurz, du meinst den, der ganz viele Berufe hatte schon mal in diesem Jahr eigentlich, wo Bibi 13 war. Und unser Eiermann ist wieder am Schlamm. Der Eiermann. Und der hat riesengroßen Spaß in der Küche, aber leider auch so ein paar komische Angewohnheiten, ich sag mal Thema Backpfeife. Ich glaube, er hat ein kleines Aggressionsproblem, was er vor allen Dingen an seinem kleinen Küchenhelfer auslässt. Ja, der muss da schon ganz schön viel einstecken. Der hat ja sogar eine Backpfeifensammlung. Nicht die beste Methode. Gehört das in ein Hörspiel oder nicht, Britta? Was ist deine Meinung? Ähm, jein. Ich finde, hier werden ja quasi historische Gegebenheiten dargestellt, wenn auch etwas verzerrt, aber sie werden dargestellt. Und ich finde schon, dass man dadurch auch einen Eindruck kriegt, okay, so hat halt Erziehung früher stattgefunden, ne? Ja, aber Erziehung ist es ja nicht mal. Also die beiden sind ja, glaube ich, gar nicht verwandtschaftlich miteinander verbunden. Ja, aber trotzdem hat er ja einen gewissen Erziehungsauftrag. Ja, er ist ein Chef sozusagen. Also noch schlimmer eigentlich. Also er zieht schon. Oder genauso schlimm. Aber naja, es geht auf jeden Fall auch um das leckere Essen. Und da hätte ich jetzt eine kleine Rubrik anzubieten. Der Hexspruch der Folge. Ja, auch wenn du mich jetzt so mit großen Augen anschaust, mein Hexspruch der Folge kommt schon jetzt. Er lautet. Ene mene maun, fliege fort, kapauen. Ene mene maun, in die Lüfte, o Fasan. Ja, jetzt ein Hexspruch, der nicht so super viel zur Handlung beiträgt. Ja, aber ganz ehrlich, wir haben auch die Insiderfrage bekommen. Welches Kind auf der Welt weiß denn, was ein Kapauen ist? So, und ich kann das auch übertragen auf, welcher erwachsene Mensch in der Welt weiß denn, was ein Kapauen ist? Ich habe mir das nur aus dem Zusammenhang abgeleitet. Das ist sicherlich auch ein Vogel, ne? Ja. Wie so ein Fasan. Ist gar nicht so ganz falsch. Wie gesagt, ich bringe heute sehr viel für die Bildung mit. Ja, vielen Dank. Hashtag Napoleon. Ein Kapauen, auch Kapphahn oder Masthahn, ist ein im Alter von etwa zwölf Wochen kastrierter und gemästeter Hahn. Sein Fleisch gilt als besonders mild, ist weiß und fett und wird deshalb von Feinschmeckern geschätzt. Boah, da muss ich aber sagen, das ist richtig gemein, den Vogel zu kastrieren und dann zu mästen. Das ist echt nicht cool. Ja, und das hat man damals gemacht anscheinend. Das macht man bestimmt heute auch noch. Im Schloss Klunkerburg. Nicht gut. Und deswegen ist das dein Heckspruch der Folge? Weil das nicht gut ist. Nein, mein Heckspruch der Folge ist erstens das, weil ich nicht wusste, was ein Kapauen ist und das deswegen recherchieren musste. Wow, was für eine Begründung. Und es deutet sich ja da auch was an, was danach kommt. Nämlich kriegt der kleine Küchenjunge ja etwas mit und ruft das dann ganz laut. Prinzessin Bibi ist eine Hexe. So, und da frage ich mich, ist Bibi da nicht ein bisschen naiv mit ihrer Hexkraft? Sie legt es ja quasi darauf an, dass das jemand mitbekommt. Und Britta, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber Thema Hexenverfolgung. Ist ein Thema im 18. Jahrhundert auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt nämlich die große Frage. Ist das noch ein Thema? Ich könnte mir vorstellen, dass es sich um die Prinzessin handelt, das schon durchaus bekannt ist auf diesem Hof, wo sie leben oder in diesem Schloss, dass Bibi Hexen kann und dass das einfach toleriert wird. Aber dass man das nicht so laut aussprechen darf wie der kleine Junge. Ich kläre da mal ein bisschen auf. Ich habe natürlich wieder was für die Bildung mitgebracht. Ich lehne mich nochmal zurück. Der Höhepunkt der Verfolgungswelle in Europa liegt zwischen 1550 und 1650. Puh, Glück gehabt. Also Hexenverfolgung ist nicht mehr so ein Riesenthema. Aber ist noch ein Thema. Ja, ich wollte jetzt schon vorgreifen auf deinen Widerspruch. Also es gibt nach wie vor auch im 18. Jahrhundert noch Überlieferungen von solchen Prozessen. Der allerletzte Prozess, jetzt muss ich mal kurz gucken, war, ist überliefert worden im Jahr 1793 in Südpreußen. Also nur wenige Jahre vor unserer Handlung. Von daher, Bibi lebt nicht ganz so gefährlich wie noch ein paar hundert Jahre früher. Aber ich sage mal so, ich würde auch vorsichtig sein. Ich finde, was ich an dieser Hexerei irgendwie problematisch finde, ist weniger eigentlich, dass sie sich jetzt als Hexe out, das würde ich jetzt erstmal ein bisschen außen vor lassen, aber dass sie ja den Koch in große Bredouille bringt. Den sympathischen Koch. Durch diese Unsinn-Hexerei lässt sie ja irgendwie, also kann das ja passieren, dass das Essen irgendwie nicht mehr pünktlich fertig ist. Auf jeden Fall bringt sie ja ganz viel Unruhe in die Küche und sagt ja dann im Nachgang sogar noch, ja, das muss ich dann, das melde ich mal dem König oder das werde ich dem König erzählen, wie das hier in der Küche abläuft. Ich habe jetzt den Wortlaut nicht mehr ganz im Kopf, aber irgendwie sowas. Und da kriegt der Koch es ja richtig mit der Angst zu tun. Und ich finde das überhaupt nicht weitsichtig. Sie selbst bringt den König, den Koch in Schwierigkeiten, will das melden. Und das bedeutet ja für den Koch, dass er vielleicht rausgeschmissen wird. Und das ist ja sicherlich auch ein guter Job. Rausgeschmissen ist noch sehr positiv ausgedrückt. Oder dass er eingesperrt wird, weil er da irgendwie seinen Job nicht richtig macht. Also das finde ich schon irgendwie ein bisschen fahrlässig und gedankenlos von Prinzessin Bibi an der Stelle. Ja, und das, ne, also Karma is a Bitch, ein paar Minuten später wird er das ja selbst fast zum Verhängnis. Ja, stimmt, genau, der ist der gleiche Move. Also sie selbst fürchtet dann ja auch den König, denn wir reden ja über Comtesse Dumont. Alias Frau Müller-Riebensee, die scheinbar auch quasi Reinkarnation betreiben muss, denn auch sie existiert schon im 18. Jahrhundert. Weißt du, was Comtesse heißt? Ja, Herzogin oder sowas. Gräfin, sehr gut. Okay, wow. Yes. Nice. Was ich aber da auch an der Stelle ganz lustig finde, nochmal ein Feinschmecker für alle NeustädterInnen. Frau Comtesse Dumont erschreckt sich ähnlich wie Frau Müller-Riebensee beim Frosch. Ihh, ein Frosch. Das hat mich so stark auch an die Folge der Wetterfrosch erinnert, wo Frau Müller-Riebensee ähnlich reagiert, als sie auf einen Frosch trifft. Ja, Frösche scheinen irgendwie nicht ihr Ding zu sein, auch früher schon nicht. Und diesmal geht es allerdings ja nicht zum Direktor, sondern zum König. Und jetzt finde ich es ganz, also das finde ich irgendwie ganz witzig, weil jetzt ergreifen Prinzessin Monika und Prinzessin Bibi ja die Flucht, weil sie fürchten, ins Kloster geschickt zu werden. Und ich finde irgendwie, also ich kann das verstehen, aber ich finde es auch irgendwie absurd oder irgendwie interessant, dass das Kloster sowas Schreckliches ist, obwohl da ja Leute freiwillig hingehen und gerne leben. Also das ist irgendwie. Aber es bedeutet, glaube ich, dann auch morgens um fünf Uhr aufstehen. Ja, aber ob das nicht sowas zu abwertendes ist, ins Kloster zu müssen. Ja, ich habe auch bei einer NeustädterInnen gelesen, da wurde uns geschrieben, sie hat Kloster früher immer für Gefängnisse gehalten als Kind. Und hat das später dann erst gelehrt. Ja, wahrscheinlich genau deswegen. Das finde ich super witzig. Ja, aber ich glaube, Kloster hatten wirklich nicht den besten Ruf. Also auch Menschen oder Priester. Ja, aber wird man denn gegen seinen Willen festgehalten im Kloster? Also geht das überhaupt? Ja, also es gibt Mauern um ein Kloster, theoretisch. Ja, das wäre natürlich schon krass. Also man kann da schon gut rangezüchtet werden. Ja, aber es machen ja Leute freiwillig und es ist ja auch okay. Also ich finde, das ist ja auch irgendwie ein Lebensentwurf, den man auch akzeptieren kann, wenn Leute sich dazu entscheiden, ins Kloster zu gehen. Ich finde es jetzt nur irgendwie witzig, dass sie das dazu bewegt, wirklich aus dem Schloss zu fliehen. Ja, sie fliehen und jetzt kommt mein Hexspruch der Folge. Der Hexspruch der Folge. Der lautet Das ist natürlich mein Hexspruch der Folge, denn wir wissen, Französisch ist die Sprache der Adligen. Wissen wir das? Ja, das glaube ich, glaube ich zu wissen. Und der Hexspruch für Kartoffelbrei ist jetzt nicht mehr in dem Minimal flieglos Kartoffelbrei, sondern in dem Minimal flieglos Püree de Pomme de Terre. Und es hat uns nicht nur ein Insider in den Insiderfragen, die ja in dem Fall keine Frage gewesen wäre, geschrieben, dass Püree de Pomme de Terre eins der einzigen und der ersten Wörter sind, die sie auf Französisch gelernt haben. Und das ist bei mir genauso. Es hat sich in mein kindliches Gehirn eingebrannt und es ist immer da. Wenn mich jemand fragt, wie heißt das französische Wort für Kartoffelbrei, kann ich aus der Pistole sagen Püree de Pomme de Terre. Ja, an der Stelle muss man aber auch nochmal sagen, Pomme de Terre ist einfach so ein geniales Wort für Kartoffel. Ja, Apfel der Erde. Das ist also eine schöne Sprache. Und das ist ja auch, die Franzosen, die machen ja nicht so schöne zusammengeschobene Wörter wie wir, Kartoffelbrei oder Kartoffelpüree, sondern die setzen das ja alles mal so hinten dran mit diesem de, de. Also haben wir zweimal de Püree, de Pomme, de Terre. Danke für die Erklärung auch nochmal an der Stelle. Kleine Erklärung nochmal, alle Französischlehrer und Französischstudierende und in der Schule Französischhabende schlagen jetzt sicherlich die Hände über dem Kopf zusammen, weil das jetzt vielleicht Quatsch ist. Ich hoffe, es ist aber einigermaßen richtig. Ja, deswegen ist es mein Heckspruch der Folge. Eigentlich nur, weil mir das in meiner Französischkarriere unheimlich weitergeholfen hat. Stimmt, heute sprichst du fließend Französisch. Ich spreche fließend die Sprache der Adeligen. Ja, man merkt das. Das ist wirklich schön. Manchmal spreche ich auch versehentlich einfach Französisch mit dir. Und dann sagst du, irgendwann guckst du mich dann so schief an und sagst, ach scheiße, ich habe wieder Französisch gesprochen. Dann wechsle ich schnell wieder auf Deutsch zurück. Bleiben wir auch in Deutschland. Lass uns aber auf dem Besen auch bleiben noch, denn Bibi und Moni fliegen jetzt ja nach Neustadt. Und in Neustadt finden wir uns auf einmal wieder im Jahr 1986. Aus irgendeinem Grund ist die Zeit hier nicht zurückgereist wie im Schloss. Ja, da müssen wir jetzt ganz, ganz dringend drüber reden. Und ich habe schon im Vorhinein ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, weil das wieder so einen Knoten im Kopf macht, wenn wir das jetzt wieder auseinander klamüsern. Aber wir müssen da jetzt dran. Ja, ich glaube, wir werden aber auch diesmal keine Antwort auf die Fragen, die ich mir ja auch aufgeschrieben habe, finden. Denn also, Bibi und Moni reisen ja in die Vergangenheit. Werden dahin zurückgehext. Haben sie nun dort durch ihr Auftauchen die Gegenwart verändert? Das ist die große Frage, denn sie tauchen da ja auf einmal auf und flüchten ja auch aus dem Schloss sozusagen. Also, die Leute müssen auch irgendwas denken in der Vergangenheit. Auf einmal ist die Prinzessin weg. Was mir, also, ich sehe das genauso, verändern sie die Vergangenheit. Was mir aber unheimliche Kopfschmerzen noch bereitet, ist, dass ja gleichzeitig am gleichen Ort auch die Gegenwart stattfindet. Nämlich die Führungen durch das Schloss. Das macht mir auch irgendwie Kopfschmerzen. Ja, aber das ist ja 200 Jahre vorher. Ja, aber findest du es nicht komisch, dann das muss ja, 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 aber wo ist dann der Zeittunnel, wenn, das muss ja parallel laufen. Ja, aber wie kann es dann sein, dass aus dieser Parallelwelt früher, nur durch einen Ortswechsel, aber die Zeit sich jetzt verändert? Weißt du, wenn Barbara vom Schloss Klunkerburg nach Neustadt fahren würde, würde sie Baby treffen, die aus dem Schloss Klunkerburg aus 1799 nach Neustadt fliegt. Das funktioniert für mich nicht. Ja, das stimmt. Also es ist genau dieser Ort, der zurückgeschickt wurde und alles darum herum nicht. Und müsste Bibi nicht doppelt existieren eigentlich? Ja, und müsste es nicht eigentlich auch eine echte Prinzessin Clara zu Klunkerburg geben? Richtig, gut. Wo ist die denn bitte? Absolut berechtigter Punkt. Und warum kennen alle Monika? Ja, die ist ja quasi zusätzlich einfach da. Die kommt dann auch noch. Oder ist vielleicht das Mädchen auf dem Bild wirklich Bibi, die damals in die Zeit zurückgereist ist? Ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt oder die Theorie habe ich mal nachverfolgt. Das ist natürlich super naheliegend. Ja, stimmt. Man sieht quasi heute das Bild, was da hängt und es war wirklich Bibi. Aber wir kennen doch Bibis Auftritt. Wir kriegen doch alles mit. Die hat nicht Modell gesessen. Wann soll denn bitte das Bild gemalt worden sein? Höchstens aus dem Kopf könnte es dann gemalt worden sein. Ja, aber wenn sie da hinkommt, kennen sie ja auch schon alle. Das kann eigentlich keinen Sinn ergeben. Ja, ja richtig. Sie ist ja eigentlich nur einen ganz kurzen Zeitraum da. Ja, aber dann denke ich mir, dann müsste sie ja doch doppelt existieren. Dann müsste es ja die Klara zu Klunkerburg geben und Bibi quasi als Doppelgänger, die gerade zufällig doverweise da ist. Und die aber leider nicht doppelt. Und die echte Konzesse ist im Bett. Ja genau, richtig. Die ist vielleicht krank oder unterwegs oder spazieren. Die treffen sich einfach nur nicht. Eigentlich müsste Bibi ja auf Klara zu Klunkerburg treffen. Genau, also es kann nur so sein, weil, ja. Das würde auch Sinn machen, dass die, vielleicht ist die echte Bibi, also die echte Klara zu Klunkerburg auch nicht zum französischen Unterricht gekommen. Die Comtesse läuft so ein bisschen rum und sucht und sagt, ach, da seid ihr ja. Aber Bibi weiß ja von dem französischen Unterricht. Sie hat ja auch eine Historie in diesem Geschehen. Das macht für mich eigentlich auch keinen Sinn. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Sie kennt ja den König anscheinend und weiß auch, wie der agiert. Und sie weiß auch, wie Neustadt aussieht. Genau, und sie weiß, dass der König sie ins Kloster schicken würde. Woher kennt sie denn die Züge des Königs, wenn sie jetzt das erste Mal da ist? Aber sie erinnert sich ja, also jetzt muss ich auch kurz nochmal überlegen, sie hat ja aber keine Erinnerung an die Zukunft, ne? Nein. Also auch nicht an ihre Eltern eigentlich. Sie denkt, der König ist ihr Vater. Ich weiß nicht, ob es ihr Vater ist tatsächlich. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, die Erinnerungen kommen erst wieder, wenn sie zurückgehext wird, weil das dann geklappt hat, dieser tolle Trick sozusagen. Aber währenddessen denkt sie ja wirklich, sie ist es. Und hat auch das ganze Wissen dieser Prinzessin im Kopf. Und das kann doch nicht funktionieren. Ja, das ist wieder der Klassiker, der Knoten im Kopf. Also es muss irgendwie ein Paralleluniversum sein, aber da müsste sie doppelt da sein. Wieso hat sie diese Erinnerung? Wieso wissen wir nicht, wie das Foto entstanden ist von Clara zu Klunker? Warum sehen die sich überhaupt so ähnlich? Ja, das kann ja ein Zufall sein. Das wird ja gar nicht aufgelöst eigentlich. Klar, genau. Aber du kannst ja theoretisch mal irgendwo hingehen und da hängt ein Bild und denkst du, ach, die Person sieht mir aber ähnlich. Das ist ja, das kann ja passieren. Also ich hätte es halt super schön gefunden, wenn sie halt wirklich, also wenn das so gewesen wäre, dass sie da in der Vergangenheit war und dann wurde das Bild auch gemalt. Und dann findet man am Ende heraus, diese Prinzessin war wirklich Bibi. Ja, aber das würde ja alle Kinder maximal überfordern, wenn du in so ein Kinderhörspiel dann auch noch einfädelst, dass das die Person aus der Zukunft gewesen ist, die da gemalt wurde. Ja, du hast recht. Ich glaube, so ist es vielleicht etwas einfacher für alle. Ja, sie fliegt jetzt nach Neustadt und wir haben ja gerade schon gesagt, sie hat ja auch Erinnerungen, wie es in Neustadt selbst aussieht. Ja. Also quasi das historische Aussehen und sieht jetzt aber ganz viele Gegenstände und das wird, finde ich, sehr charmant und sehr nett irgendwie beschrieben, die sie noch nicht kennt. Zum Beispiel die Ampel, das silberne Ding, was wie die Abendsonne leuchtet oder der Aufzug wird als fahrendes Zimmer beschrieben. Mir gefällt unheimlich gut diese Perspektive, die da eingenommen wird, weil das ja wie so eine Alien-Perspektive ist. So dieses, ich komme irgendwo hin und ich kenne das alles gar nicht und wie verrückt und absurd sind eigentlich Ampeln. Also ich hänge halt wirklich so einen metallenen Kasten, silbernes Ding und das leuchtet. Ja. Und das muss mir ja erstmal jemand erklären. Das ist ja schon spannend, irgendwie so eine Perspektive mal einzunehmen. Ja und ich habe das auch mal in einem Buch gelesen. Es ist tatsächlich so, wenn man jetzt jemanden aus dem 18. Jahrhundert holt und schickt den 200 Jahre in die Zukunft, ist das deutlich krasser, als wenn du jetzt jemanden zum Beispiel Neandertaler 200 Jahre in die Zukunft schickst. Da hat sich nicht so viel verändert. Aber die letzten 200 Jahre waren halt enorm in der Entwicklung. Das muss man sich halt echt mal überlegen. Wir sprechen einfach nur von 200 Jahren. Das ist halt echt nicht viel. Das sind quasi, gehen wir mal von sehr alten Menschen aus, das sind quasi eigentlich nur zwei Menschenleben. Genau und jetzt guck nochmal, was von 86 bis 2021 alles noch passiert ist. Ja. Thema Computer etc. pp. Thema Computer. Also Wahnsinn. Also was da hier, da war ja schon die digitale Schreibmaschine von Pichler ist hier ja schon der Hit. Da müssen wir ja mal überlegen, wir haben ja Smartphones, die können alles, alles eigentlich, die vereinen eigentlich alles das, was Bibi hier aufzählt. Kamera, Telefon, Schreibmaschine und so weiter. Also das ist schon. Und es hat keine 40 Jahre nochmal gedauert. Das finde ich sehr schön in dieser Folge, also diese Alien-Perspektive. Und es hat sich ja nicht nur Technologie oder, weiß ich nicht, Infrastruktur verändert, sondern es verändert sich ja auch die Sprache. Und an der Stelle würde ich gerne eine neue Kategorie abfeuern. Sehr gerne. Der Charakter der Folge. Denn wir haben ja Bibi, die ja eher in so einem wirklich sehr historischen Deutsch spricht, was für einen selber ja auch irgendwie ein bisschen befremdlich wirkt, weil das ist ja schon wirklich eine sehr veraltete Ausdrucksweise. Was für mich aber auch relativ befremdlich wirkt und ich weiß durch die Insiderfragen, dass das für viele da draußen auch etwas befremdlich wirkt, ist wie die moderne Sprache und die Jugendsprache dargestellt wird. Ich denke da an den Knaben, den sogenannten Knaben, an den kleinen Jungen oder den gleichaltrigen Jungen, den die beiden Prinzessinnen treffen, ja festgemacht wird. Ich habe den Satz, glaube ich, irgendwie anders angefangen, als ich jetzt beendet habe. Macht nichts. Er sagt, ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle, Karneval ist vorbei, okay, gehe ich noch mit, kann man so sagen. Und jetzt, finde ich, wird es interessant, ich habe mal rausgeschrieben, was er so sagt, weil das ist alles zitierfähig, finde ich. Hört mal ihr Tussis, da denke ich mir schon, okay. Erzähl mal. Fangt nicht an wie meine Mutter, die sagt auch immer, ich soll die Flicken auf die Jeans packen, weil sie nicht schnallt, dass Löcher in der Hose super scharf sind. Boah, da wurde wirklich nicht gegeizt mit Ausdrücken, die Jugendliche eigentlich nicht sagen. Ihr habt wirklich eine super Meise, also ihr latscht quer durch den Stadtpark rüber zur Frittenbude, geht euch einen Schwenk nach links zum Kino und dann zischt ihr direkt ins Rathaus. Klaro ist ganz easy. Könnt ihr das im Computer, der hier der Kopf sein soll, behalten. Wow. Ja, das ist wirklich Respekt, dass du das so schön nachgesprochen hast, aber das ist Jugendsprache. Das strotzt nur so von Klischee, das strotzt vor Klischee, auch schon dieses mit den Flicken auf die Jeans packen, das ist so, wenn Erwachsene versuchen, Texte zu schreiben, die klingen wie Jugendliche. Und das im Jahre 1986, das ist halt noch befremdlicher, als es heute wäre. Ja, und es ist wirklich so, also ich musste immer wirklich richtig lachen an der Stelle, weil das einfach so fern meiner Lebensrealität und ich glaube auch der Lebensrealität der damaligen Jugendlichen gewesen ist. Ja, da bin ich ja froh, dass Prinzessin Bibi und Prinzessin Monika danach auf meinen Charakter der Folge treffen. Der Charakter der Folge. Und das ist Paule Pichler, der Sekretär des Bürgermeisters. Und zwar heute auch wieder aus einem ganz simplen Grund. Es ist, Britta, halte ich fest, der erste Auftritt von Pichler in der Bibi-Bloxberg-Saga. Ach, cool. Also es gab schon mal den guten alten Meier II, der früher ja der Sekretär war. Ich glaube, der wurde ja vielleicht in den Ruhestand einfach entlassen. Und heute stellt sich dann uns der Sekretär Pichler vor, der auch seinen Namen nochmal extra erwähnt. Ich bin Pichler, der Sekretär, damit es auch wirklich klar ist. Aber ja, es ist der Beginn einer wirklich ganz, ganz tollen Zeit mit Pichler. Eine Erfolgsgeschichte. Der uns ja wirklich schon sehr häufig hier auch begleitet hat. Und der häufiger schon mal der Charakter der Folge gewesen ist. Ja, ist einfach ein guter Typ. Ist ein sympathischer Typ, muss man sagen. Deiner Meinung nach ist er, glaube ich, lebt er mit Carla Kolumna zusammen. Ja, und er ist auch ein bisschen verliebt in den Bürgermeister, glaube ich. Das auch. Dass es da auch so amoröse Wünsche gibt. Viele Romanzen hat Pichy. Aber auf jeden Fall hier seinen ersten Auftritt. Und von daher würde ich ihm nochmal die Ehre erweisen, ihn meinen Charakter der Folge werden zu lassen. Ja, völlig zu Recht. Und er führt natürlich darüber hinaus die beiden auch ins Rathaus. Richtig. Sehr wichtige Handlung, muss ich nicht viel zu sagen. Das ist natürlich auch handlungsentscheidend. Was ja ganz witzig ist, weil Bibi und Moni, beziehungsweise die beiden Prinzessinnen, sich ja dann irgendwie Rat in dieser Sprechstunde erhoffen. Können wir nochmal, nur ganz kurz. Ist das üblich, dass es Sprechstunden gibt bei Politikern? Also vielleicht auf dem Dorf. Ja, du bist ja vom Dorf, deswegen fragst du dich ja. Ja, da kannst du den Bürgermeister aber auch beim Einkaufen voll labern. Aber dass sich ein Bürgermeister am Sonntag hinsetzt und sich dann irgendwie ein oder zwei Stunden sich das Genöle von den ganzen BürgerInnen anhört. Das ist mir auf jeden Fall neu. Zumindest, dass es eine regelmäßige Einrichtung ist. Es gibt bestimmt so Treffen einmal im Monat, wo alle hinkommen können. Aber jeden Sonntag, also Respekt. Aber mir fällt doch gerade auf, es scheinen einige auch zu arbeiten an dem Sonntag, ne? Also Frau Kolumne arbeitet, die Presse. Klar. Der Sekretär arbeitet auch am Sonntag. Ja, stimmt. Alle arbeiten am Sonntag. Ja, da ist noch nicht ein Wochenende angekommen in Neustadt. Ja, vielleicht sind die da alle sehr workaholic. Ja, also bei Carla ja auf jeden Fall. Ja, die auf jeden Fall. Was mich übrigens an der Szene so ein bisschen wundert, du hast es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass Bibi so ganz erstaunt ist über den Fahrstuhl. So, aber in meiner Warte, aus meiner Sicht, ist sie da ein bisschen zu erstaunt. Was ist das? Teufelswerk. Hexerei. Also sie ruft quasi selber Hexerei. Aber warum fürchtet sie sich denn? Weil sie kann doch selber hexen. Und sie kann sogar auf einem Besen fliegen. Und dann fürchtet sie sich vor einem Fahrstuhl, der hoch und runter fährt. Also ich weiß nicht, ob das wirklich dann mehr Teufelswerk ist, als ihre eigenen Hexenskünste. Es ist ja auch, was ich halt ganz interessant finde, und dann würde ich, glaube ich, dieses Thema auch abschließen, ist, dass hier ja auch quasi alle Neuerungen gleich Teufelszeug ist. Warum ist Prinzessin Bibi und Prinzessin Monika nicht auch in gewisser Weise begeistert davon? Sie könnten ja auch sagen, wow, wir können in diesem Raum nach oben fahren. Wow, wir sind kometenschnell mit dieser Pferdelosenkutsche. Das ist ja toll. Stattdessen ist alles schlecht. So schlecht, dass es in die Vergangenheit zurückgehext werden muss. Also vor solchen Neuerungen hat man erst mal Angst. Also definitiv. Wenn du jetzt in die Zukunft reisen würdest, dann würdest du dich doch auch erschrecken, wenn auf einmal der Fernseher sprechen kann. Nein, da würde ich denken, wow, wow, cool. Hier gibt es ja ein neues Fortbewegungsmittel. Da würde ich nicht sagen, Teufelszeug. Aber du kannst doch gar nicht einschätzen, wie gefährlich das ist. Du kennst ja nicht, du weißt ja nicht, dass der TÜV Rheinland einmal im Monat hier den Fahrstuhl wartet. Ja, dann würde ich mir das erst mal ab erklären lassen. Was ist das denn hier? Ja, ich weiß nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man sich erst mal wundert. Ich finde es nicht sehr open-minded, muss ich sagen. Ja, ich finde es... Okay, du bist auch open-minded, das freut mich. Ja, gut. Jetzt habe ich dich ein bisschen aus dem Konzept gewartet. Ich weiß nicht mehr genau, was ich sagen wollte. Ich habe noch was zum Bürgermeister tatsächlich. Ja, gut. Der erst mal löblicherweise am Sonntag arbeitet. Und hier auch nochmal ganz schön, wenn er nervös wird, wie er seinen alten Bibi-Blox-Bergi-Fehler macht. Ja, den E-Fehler. Ja, und wir beschweren uns ja teilweise über Logikfehler. Immer wenn das wieder vorkommt, freue ich mich sehr, dass das wirklich lange Zeit aufrechterhalten wird. Konsequent wird das immer wieder mit eingebracht, dieses Bibi-Blox-Bergi. Und wenn es nur Bibi-Blox-Bergi ist, hier ist es sogar noch extremer. Ja, ja, ein paar Mal quasi. Immer wenn er nervös wird, habe ich das Gefühl, kommt es wieder. Ja, genau. Das finde ich ganz nett. Gut, Benni, also meine Liste ist jetzt soweit abgearbeitet, hast du noch Punkte, die du gerne noch ansprechen möchtest? Ja, ich hätte noch einen kleinen Skandal anzubieten. Ja, für Skandalchen bin ich immer zu haben. Wurde ja auch nochmal sehr offensichtlich Werbung gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ja, für ein Medikament. Genau, für ein Medikament, was Carla Kolumna dem Bürgermeister empfiehlt, weil er Kopfschmerzen hat. Sollen wir das auch nochmal bewerben jetzt hier in unserem Podcast? Oder sollen wir es einfach so stehen lassen und das quasi als kleines Fragespiel für unsere ZuhörerInnen? Genau, hört doch nochmal rein, was soll der Bürgermeister nehmen? Gegen die Kopfschmerzen. Die meisten wissen es wahrscheinlich jetzt sowieso auch so schon. Aber auch da hat Neustadt sich nicht lumpen lassen und auch nochmal schön den Markennamen genannt. und noch vielleicht so einen kleinen Werbedeal eingetütet. Das fand ich noch ganz interessant. Kommen wir zur letzten Kategorie, Benni. Die Hexenbesenbewertung. Ich finde, dass diese Bibi-Bloxberg-Folge unheimlich viel anbietet und viel liefert. Wir fangen, oder sie fängt damit an mit dieser philosophischen Frage, habe ich schon einmal gelebt? Und das finde ich unheimlich interessant, dass so eine 13-Jährige auf diese Idee kommt und das bringt irgendwie den Zuhörer, die Zuhörerin unheimlich zum Nachdenken. Wie funktioniert das denn mit den Menschen in der Vergangenheit? Stirbt man wirklich oder wird man nochmal wiedergeboren? Gab es nicht früher schon mal. Das finde ich ganz interessant, dass dieses Thema irgendwie aufgemacht wird. Dann haben wir ja diesen ganzen historischen Aspekt. Also wie war denn das Leben im 18. Jahrhundert oder hier Ende des 18. Jahrhunderts? Da denkt man drüber nach, man erfährt, okay, es gab Kutschen, es gab quasi einen König. Man lebte halt in so Adelsfamilien, lernte Französisch. Also es gibt schon so ein paar historische Punkte, was man ja auch lernt ein bisschen in dieser Folge. Gleichzeitig, ja, gleichzeitig und das finde ich unheimlich spannend und unheimlich ansprechend, ist dieses, okay, wir gucken jetzt mal, wie leben wir eigentlich? Und wie ist unser Leben aus der Perspektive von Leuten, die viel früher gelebt haben? Und wie absurd das dann alles ist, wie absurd unsere Sprache klingt, wie absurd die ganzen Erfindungen sind, die wir gemacht haben. Das finde ich ganz, ganz attraktiv an dieser Folge. Wir haben natürlich, ich weiß nicht, ob ich dafür einen Punkt abziehen wollen würde, diesen großen Logikfehler mit dem Zeitreisen. Und es wird nicht letztendlich geklärt, ob jetzt Clara zu Klunkerburg vielleicht wirklich Bibi Blocksberg itself ist aus unserer Zeit oder ob das irgendwie eine Vorfahren oder eine Ahnin ist, oder auch einfach nur eine Person, die den Geist von Bibi Blocksberg hatte und sich dadurch irgendwie ähnlich angezogen hat. Das wissen wir alles nicht ganz so genau. Ich finde, die hat unheimlich viele witzige Aspekte auch. Also das im Bürgermeisterbüro gefällt mir gut, der kleine Junge gefällt mir natürlich ausgesprochen gut, mein Charakter der Folge. Die Szenen im Schloss mit dem Frosch, das finde ich ganz erfrischend. Bernhard Blocksberg, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, der gefällt mir auch unheimlich gut, denn der ist ausnahmsweise mal richtig besorgt um seine Tochter und macht sich mal Gedanken darüber, okay, was ist dann, ist das zu gefährlich und das will ich nicht. Und da ist Barbara diejenige, die etwas unbesorgter ist und da ihre Tochter vertraut. Ich kann dieser Folge keine schlechte Bewertung geben, weil die wirklich ganz viele interessante und schöne Aspekte hat. Deswegen ist das nur neun von zehn Hexenwesen. Okay, das ist aber schon eine super Bewertung. Eine sehr, sehr gute Bewertung. Dann versuche ich mich mal. Also mein erster Punkt ist, es ist tatsächlich in meinen Augen eine sehr kreative Geschichte. Also dieses Zurückreisen, Bibi verliert sich in ihrer Rolle. Das finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Also die Idee an sich gefällt mir sehr, sehr gut. Was du auch schon aufgegriffen hast, was auch total toll ist. Es gibt so viele Sprechrollen in dieser Folge. Also ich habe insgesamt 17 Sprecher gezählt. Und das ist, glaube ich, also an der Spitze. Ich weiß nicht, ob es der Rekord ist, da will ich mich jetzt nicht festlegen. Aber es sprechen so viele Leute in dieser Folge mit. Das ist schon echt toll. Also es wird, wie du auch schon gesagt hast, einfach sehr, sehr viel angeboten. Ich muss gestehen, ich habe diese Folge sehr, sehr selten bisher gehört, weil der Folgentitel Bibi als Prinzessin mich persönlich jetzt nie so angesprochen hat, dass ich dachte, ach, das muss ich mir jetzt unbedingt mal anhören. Deswegen war ich aber umso positiver überrascht von der Geschichte als solches, weil es eben nicht dieses weichgespülte, oh, Bibi ist eine Prinzessin. Ich bin so hübsch und ziehe mich schön an. Genau, genau. Sondern es geht tatsächlich mehr um den historischen Kontext, mit dem ich mich dank dieser Folge auch viel zu intensiv beschäftigt habe, wie man vielleicht rausgehört hat. Aber das war schon sehr interessant. Und dieses ganze Fass, was da aufgemacht wird, ja, gefällt mir schon recht gut. Thema Zeitreisen an sich, klar, würde ich aber tatsächlich auch keinen Punkt für abziehen, weil irgendwie muss sie ja dahin kommen. Da werden wir vielleicht noch mal intensiver drüber sprechen, wenn es auch um Bibi in der Ritterzeit geht. Da ist es ja auch noch mal eher akut, das Thema. Und von daher eigentlich wirklich eine runde Folge. Spannungsbogen, liebe Britta, ist vorhanden. Ja, stimmt, das ist dir ja immer sehr wichtig. Also es ist tatsächlich auch spannend. Wie kommen sie denn jetzt zurück in ihre Zeit, in der sie ja dann irgendwie auch schon sind? Das geht aber sehr schnell am Ende, muss man sagen. Danke, dass du mich da unterbrichst an der Stelle. Entschuldigung, entschuldigung. Ob die Lösung an sich, dass Barbara das jetzt mir nichts, dir nichts einfach so wieder so herhexen kann, ob das jetzt die beste Lösung ist, kann man noch mal hinterfragen. Aber irgendwie passt es auch. Und es ist auch gut, dass die Folge dann irgendwann ein Ende findet. Genauso wie meine Bewertung. Ich würde lockere acht von zehn Hexenbesen vergeben und denke, damit haben wir einen ganz soliden Schnitt hier. Das ist eine super Bewertung von uns. 17 von 20 möglichen Hexenbesen. Ich will natürlich jetzt wissen, was unsere NeustädterInnen da draußen sagen. Welche Bewertung würdet ihr dieser Folge geben? Wie viele Hexenbesen? Wir haben schon, also man liest ja immer, wenn wir eine Folge ankündigen, einige mögen diese Folge unheimlich gerne, andere sind ein bisschen kritisch oder kennen sie vielleicht auch gar nicht. Wie sieht es bei euch aus? Genau, schreibt uns das gerne in die Kommentare, auch wie ihr zu der Folge oder Ausgabe Insight Neustadt steht. Ich entschuldige mich noch mal im Nachhinein für den vielleicht zu intensiven geschichtlichen Abriss, der vielleicht auch nicht hundertprozentig akkurat war. Da sehen wir ja dann, ob der auch geskippt wurde, wie das Info vielleicht. Das können wir übrigens sehen, ob ihr viel skippt oder nicht. Also bitte skippt nicht zu viel, bleibt nett zu uns und zueinander vor allem. Habt einen ganz tollen Sonntag noch. Wir sind durch für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Hex auf! Ich wünsche euch auch eine wunderschöne Woche und freue mich auf kommenden Sonntag mit euch. Bis dahin. Hex auf und Hex Hex! Bis zum nächsten Mal.